Ja, liebe Abonnenten, gleich gibt es einen kleinen Livestream und zwar nicht nur mit mir alleine, sondern der Cisco wird wahrscheinlich auch gleich von der Arbeit kommen. Und ja, ein paar von euch haben es schon gesehen hier auf meiner Facebook-Like-Page TheFösel und ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall die Streams immer ankündigen. Also seht zu, dass ihr da auch mal hier gefällt mir klickt oder ja, wenn ihr zumindest informiert werden wollt. Und dann seid ihr hier immer auf dem neuesten Dampfer. Ich habe zwar noch eine andere Seite, aber die werde ich jetzt ein bisschen einschränken, weil die Chat-Nachrichten da schon ziemlich krass sind und ich kann dann gar nichts mehr machen, wenn ich einmal da irgendwie kurz online gehe, weil ich da voll gespammt werde bis zum Umfallen. Deswegen, wenn ihr mir Nachrichten schreiben wollt, hier auf den Account und ja. Also wie gesagt, Livestream jetzt gleich ab, ich denke mal 19 Uhr. und ja, wie ihr da draufkommt, ganz einfach, ihr geht auf meinen Kanal und schaut hier hin auf der rechten Seite, mein Livestream auf OWN3D. Oder auf OWN3D. Klickt einfach an und dann kommt ihr drauf. Gut, dann würde ich sagen, bis gleich. Link ist auf jeden Fall auch nochmal unten in der Beschreibung drin für die Klickfauen. Macht's gut, haut rein, ciao mit vor.